Die Fraktionssitzung ist jetzt abgeschlossen. Wir haben die Stellvertreter gewählt, den Fraktionsvorstand gewählt. Das heißt, wir sind wieder arbeitsfähig, auch für die nächsten drei Jahre. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Angela Merkel. Das ist ja gerade eben auch erklärt. Da passt zwischen uns kein Blatt Papier. Und das wird eine enge, vertrauensvolle Kooperation, so wie ich das auch in Sachfragen in den letzten Jahren mit ihr hatte. Ich werde gleich als erstes zu Andrea Nahles gehen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Große Koalition erfolgreich fortführen, dass wir den Koalitionsvertrag vernünftig abarbeiten und dass wir vor allen Dingen jetzt im Herbst messbare Fortschritte erzielen in den ganz, ganz wichtigen Themen, die vor uns liegen. Und insofern ist jetzt der erste Tag schon mal ganz gut durchgeplant. Wir werden dann morgen sicherlich viel administrativ klären müssen und werden dann eine ganz normale Plenarwoche haben und werden das machen, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, nämlich, dass wir an unsere Arbeit gehen. Also ich habe gerade eben in der Fraktionssitzung schon die ganze Zeit neben der Kanzlerin gesessen und wir haben also schon die ersten Geschichten dann auch entsprechend besprochen. Ich werde sie morgen mehrmals treffen zu verschiedenen Anlässen und das heißt also, die Zusammenarbeit, die wird eng und ganz normal fortgeführt, wie das mit Volker Kauder auch der Fall war und ich möchte das jetzt an dieser Stelle auch nochmal nutzen, um mich ausdrücklich bei Volker Kauder zu bedanken. Es war ein ganz, ganz fairer Wahlkampf, den wir gehabt haben. Es war eine Visitenkarte für Demokratie in unserer Fraktion und das gibt uns viel, viel Schwung, auch für die nächsten Wochen, Monate und die nächsten drei Jahre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017